Ich bin Jonny Horstler und ich bin gegen Netzzensur, weil... Was sollte ich danach sagen? Ach, Zensur ist immer so ein großes Wort, aber das, was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Ich habe das in den letzten Tagen schon ganz oft sagen müssen, aber Politik sollte ein Gleichgewicht finden zwischen verschiedenen Einstellungen und Meinungen und nicht nur Lobbyisten vertreten und dann scheinheilige Argumente nach vorne schieben, um schleichend eine Zensur einzuführen. Und ich glaube, das ist, was gerade passiert.